Hallo, ich bin Sarah. Ich bin Lina. Und wir wollen euch heute den Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik vorstellen. Und deshalb sind wir hier bei SLM in Uwesfelde. Das Familienunternehmen SLM wurde 1998 in Uwesfelde gegründet. Das Unternehmen arbeitete anfangs mit sechs Mitarbeitern und sieben Maschinen. Heute beschäftigen sie rund 200 Mitarbeiter mit ca. 50 Spritzkussmaschinen. Die SLM Kunststofftechnik gehört mittlerweile zu einem der führenden Systemlieferanten der Automobilindustrie. Sie beliefern z.B. Volkswagen, Audi oder Porsche. Ich bin jetzt hier beim Betriebsleiter von SLM, Herr Kasperczek. Herr Kasperczek, wie sieht denn Ihr genereller Tagesablauf aus? Der Tag beginnt mit der morgendlichen Produktionsberatung. Dort werden alle Probleme der Spät- und Nachtschicht besprochen und der weitere Tagesablauf erörtert. Danach beginnen wir mit der Abarbeitung unserer täglichen Aufgaben. Dazu gehört es auch, einen Rundgang durch die Fertigung zu machen und zu schauen, ob alles soweit in Ordnung ist. Was sind denn Ihre Aufgaben als Betriebsleiter für die Auszubildenden? Als Betriebsleiter für die Auszubildenden plane ich die einzelnen Durchläufe unserer Auszubildenden in den Fachbereichen, plane den Schichtplan in den Schichten ein bzw. plane die Auszubildenden in den Schichten ein in Bezug auf die Ausbildung in der Berufsschule. Okay, was für Qualifikationen werden dann erwartet für diesen Beruf? Also welcher Schulabschluss oder welche Fächer? Unsere Auszubildenden sollten mindestens einen erweiterten Realschulabschluss abgeschlossen haben mit einem Notendurchschnitt von zwei bis drei, gutes technisches Verständnis haben, räumliches Vorstellungsvermögen haben und Spaß an der Arbeit haben. Da Sie für die Auszubildenden zuständig sind, wie viele Azubis sind denn hier tätig? Bei uns sind derzeit sechs Verfahrensmechaniker beschäftigt, drei Werkzeugmechaniker und acht Bürokauffrauen. Und einer der Verfahrensmechaniker ist? Tino Krebs, der in diesem Betrieb seine Ausbildung abgeschlossen hat und übernommen wurde. Wie sieht denn so die Ausbildung aus? Ja, die Ausbildungszeit hier beträgt drei Jahre im dualen System. Vier Wochen ist man hier im Betrieb und zwei Wochen in der Berufsschule in Quedlinburg. Und wie sieht der normale Tagesablauf aus? Ja, wir arbeiten hier im Dreischichtsystem. Jetzt als Beispiel, wenn ich Frühschicht habe, teilt mein Schichtleiter mich für eine Halle ein. Dort rüste ich Maschinen und wenn es Qualitätsprobleme an den Teilen gibt, greife ich auch in den Fertigungsprozess ein. Was lernt man denn so in der Ausbildung? Auf jeden Fall das Rüsten der Maschinen, die Verarbeitung der Kunststoffgranulate, die Theorie in der Berufsschule, die ganzen vorgegebenen Lernfelder. Wie ist das Gehalt in den einzelnen Ausbildungsjahren? Im ersten Lehrjahr sind es 400 Euro brutto. Das steigert sich dann bis zum dritten Lehrjahr auf 500 Euro brutto. Würden Sie Ihren Beruf weiterempfehlen? Definitiv. Es ist ein sicherer Beruf. Gut, dann bedanke ich mich dafür. Und, wie fandest du es heute so? Also, ich fand es eigentlich super interessant. Ich habe mich gefreut, hier zu sein, viel mitnehmen können. Und, wir wollten nochmal Danke sagen bei SRM für den Einblick in den Beruf des Verfahrensmechanikers für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Kautschuktechnik.